Hallo Freunde der Zerstörungen! Jetzt geht hier richtig ab. Mal wieder in Dirt Showdown. Ja, das ist nicht ja. Diesmal schwimmen zu viert, im Private. Genau, wie es alle A-Wagen hier schon haben. Wir haben voll viel schon geschockt. Ja. Doch, gut. Oh ja, da freuen wir uns drauf. Nichtsdestotrotz wird mein Skill euch überflügeln. Auch mit dem B-Wagen. Je nachdem wie viele Battlefield-Folgen und Worms-Folgen noch kommen, könnte es tatsächlich sein, dass diese Folge hier zu Gamescom läuft. Oder kurz davor zumindest. Wow. Sind nur noch 2 Wochen. Wie in einem Monat? Alter, wie in einem Monat. Jetzt sind nur 3 Wochen. Hallo Leute. Alles klar, ich habe überhaupt nichts gesagt. Ja. Bram, erstmal weggefickt hier. So. Auf die Aufnahmeperson. Erster. Holt nochmal auf die Aufnahmeperson. Alter Schwede. Ich habe jetzt auch einen abbekommen. Nein! Jetzt stehe ich schlecht. Oh Gott. Boaam. Alter, nicht mich schieben! Nein! Nein! Anschluss, ey! Nein! Treff mich nicht! Jawoll! Hadi ist raum! Nein! Oh mein Gott, jetzt bin ich auch geflogen. Na gut, jetzt habe ich Ringmeister, aber ich bin der einzige, der noch hier oben ist. Oh Mann! Leute, jetzt komme ich nicht hier oben. Boah, f*** die Henne! Hat er mich terminiert, der Sack. Boah, mein Wagen ist schon voll am Sack. Ich habe einen Wagen dafür gekriegt, weil ich dich platt gemacht habe und runtergeschoben. Oh ja. Ja, weg hier! Ja, f*** dich doch, du Hartnoten! Jede Menge Platz und Chaos hat schon auf die. Bam! Bram erwischt! Ja. Nein! 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 Nicht schlecht! 1400 Punkte, ey! Hab doch keinen erwischt! Los Kristian mach'n Abflug! Da glaubst du uns immer nicht mit dem! Boom! Da kommt der Jay ohne Schuss! Loll! BAM! Tja, wier, Alter! 200 Punkte, Bram! Oh, ja! Wow! Schaut mal, wer wieder darf! BAM! Alter! Was hast denn du bitte für ein Rempler? Der haut mich ja voll krass darunter! ja und ich kriege wieder nichts davon die Punkte gehabt gesagt aber wie viel Pech habe ich denn bitte Leuchte mit 1.500 Punkten ja weißt du es ist nicht wenn ich da wieder von dem Beicht bei der Reine an die Woche keine Punkte dazu ja egal ja sicher ah schade oh ja egal jetzt kommt meine Zeit ich brauche ich Punkte BAM Leuchte voll durchgefahren oh mein Gott ja das ist ja erbärmlich BOOM boah mein Wein hat ja nur die Stärke ja genau Christian ey dafür kriegst du jetzt doch die scheiß Punkte du bist so motherfucker ey wie soll ich dich runtergeschubst da mal willst du denn ja am Arsch Junge ja ich hab einen Terminaltreffer gemacht puh ich hab bis 1000 Punkte bekommen zweimal ja die nur heute alter alter learn to play soll ich nächstes mal drauf achten was ich für einen scheiß Modus habe ich dachte wir fahren rennen wahnsinnig der hat völlig die falsche Haare gehabt hm Aber so was vorhin. Knockout. Aber ich will Speed Skirmish. Was ist das denn? Ist das nur ein Rennen? Oder was ist das? Das ist Race of Rennen. Das ist Speed Skirmish, ich hab mit den Dinger, man muss die in der billigen Reihenfolge einsammeln. Nee, das ist Trick Skirmish oder so. Ich hab keine Ahnung, Speed Skirmish ist. Mal gucken, was das ist. Nee, Trick Speed hieß das. Wir werden es gleich sehen. Ich bin Hadi, ich hab schon voll die geilen Sachen geholt. So, die hier kann man doch nicht pimpen. Na und, aber ich sag voll die geilen Wagen. Na cool, das ist schon der Mini Cooper. Der Mini Cooper, genau. Der ist halt super leicht und hat volles Handling, ich weiß nicht ob der bessere Impreza, den man noch freischaltet, nicht besser ist. Den haben wir ja Leistung, glaube ich, der haben Dennis und ich. Und weil auch immer wir jetzt da fürs Rennen fahren. Ja. Ich weiß nämlich auch gerade nicht, ob jetzt Leistung oder Handling wichtig ist. Vielleicht ist das halt auch das mit dem Abfahren der Checkpoints? Checkpoints? Das kann sein. Das ist das abfahrende Checkpoint. Ja, das kann sein. Das ist der Checkpoint abfahrend. Scheiße. Deine schwule Mini da, ey. Das war das Pussy-Auto. Das ist doch ein BMW-Fahrer. Was ist da? Haben Sie sich eine Strategie zurechtgelegt, oder rasen Sie einfach zum nächsten Tor? LOL! Was ist das denn? Kommt er durchfahren? Du kannst hier direkt hängen, ey. Das war der nächste Checkpoint. Ich bin auf den Arsch. Warte, du sollst du einem hier nicht anschubsen? Du bist mir halt den Weg gefahren. Ja, sicher. Du bist mir halt den Weg gefahren. Also, ich kann eh nicht mehr gewinnen, ich behindere nur noch den drei. Das sieht ja aus, als würden alle einem anderen erfolgen. BAM! Die spielen dann nur den Bram. Ja, und so können wir hin und her. Ja, der Bram ist mir nicht gefahren. Ich verstehe das nicht. Wissen Sie denn nicht, dass es ist, dass jeder gegen jeden Tag? So. Er hat alle Tore durchfahren. Der Rest ist nur noch vornig. Ja, Mann! Leut! Wo bin ich hängen geblieben? Ich bin so gut. Leut! Ja, einer. Platz zwei. Halte die Gegner auf. Bro, das war das Letzte. Da ist der scheiß Mini. BAM! Habe ich den Mini voll erwischt. Nein! Der ist schon vorbeigefahren. Hui! Bin ein kleiner Wunder Mini. Ha, schade. Er hat es geschafft. Dann hätte ich besser den... Oh, nee, wir sollen. Das ist hier mit Handling. Da habe ich eine ganz andere Strecke gefahren als ihr. Ich glaube, das war ganz gut. Da habe ich mich aus allem rausgehalten. Du bist direkt am Anfang rechts durch die Holzbretter gefahren. Ja, und ich bin direkt erstmal da gegen das Haus gefahren. Und ich bin... Von der Holzbretter habe ich eine Hartbremse nach links gemacht, weil ich dachte, okay, ob man dem Spiel Sachen kaputt machen kann, wusste ich nicht. An meinem Zeitraum. Sollte, da bin ich schon irgendwann mal durchgefahren. Na, okay. Alter, man kriegt ja so viel lächerlich wenig Geld, ey. Ja, davon kriegst du ja vier Level, ne? Ah, die viel Spaß da beim Singleplayer. Naja, bis dann. Was? Wieso? Habt ihr noch genug Knete? Schade, dass man jetzt hier nicht so eine Punktetabelle hätte. Ja, das wäre echt cool. Wenn man sehen könnte, dass Tati Letzte ist. Das war Domination nochmal. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Oh, stecker blöden. Boah, ja. Insanale Port. Wer bist du? Alter. 32.000 kostet Duke. Ich bin schon teuer, das Scheißding. Ich hab nur so einen Kackteil. Dann wär ich letzter mit. Hammer. Ich hab den ersten als C-Version. Also kann ich schon mal davon ausgehen, ich dick letzter werde. Ach, warum das denn? Fehlerfreie Sektoren fährst. Ach, dat ist dat. Ach, dat ist dat. Ja, fahr ich mal Fehlerfreie Sektoren. Du kriegst aber beim Ziel keinen Bonus, dass du erster bist. Ne, ist mir auch aufgefallen, da hab ich letztes Mal scheiße gelabert. Na gut, ich bin letzter. Das ist schon mal gut. Kacke, ich bin erster. Was ist denn das jetzt hier für ein Modus? Das ist mit Domination, mit den Sektoren. Achso. Alter, oh Gott. Aber irgendwann war der letzter. Na, platz ist egal, du musst ja nur die schnellste Zeit gefahren haben. Ich sag, dann bin ich halt letzter. Dann räum ich das vielleicht verdienten quasi aus. Und fahrt sich Wasserfahnden aus. Was passiert, wenn man den Sprung nicht schafft? Dann sag. Auf und zieh dich doch mal. Ja, tue ich doch jetzt auch. Falle vorne weg, ja. Lass den Hadi doch nicht da wegfahren. Habe ich nicht vor. Ach, boah, Gell, Christian, ey, willst du mich verarschen? Du stehst du denn in W? Ja, Christian, ich stehe den Weg bei einem Rennen mit Sicherheit. Ja, du stießt mir einfach den Weg. Ja, wo ist der Hadi der Bob? Oh, boah. Ja, toll. Kannst du schon mal den dritten Sektor vergessen, der Christian genugt hat. Ich meine, bin ich nicht letzter in dem Sektor. Alter, Hadi macht gerade nur echt eine gute Zeit. Klar. Wo siehst du denn die Zeiten? Ja, die Zeit siehst du gar nicht, aber ich komme halt nicht an den Rang. Und hier kommt sie, die letzte Runde. Und wir sind schon in der letzten Runde. Also, müssen wir ja nichts mehr tun. Fuck, da bin ich zweiter. Sektor. Also, da muss ich echt nochmal ein bisschen Speed geben. Ja, blöderweise habe ich kein Nitro mehr. Nein! Scheiße. Zweiter im Sektor. Ah, ich glaube, da drin macht Hadi, ey, scheiße. Ja! Ja, mal gucken, doch, es ist nicht vorbei. Also, ich kriege dich zumindest nicht. Boah, Christian, hau ab! Ja, du bist doch so ein Follow-Horst, ey! Willst du mich verarschen? Du hast mich eben auch gedreht, du Penner. Boah, ey! Nee, weil du stehst doch auf der Strecke da rum. Und dich fick ich noch weg, du Affe. Dich fick ich noch weg, du Scheiß, du! Komm her. Boah, hier haben alle schnelle Autos. Vierter. Ja, fuu. Toll, den Sektor hier habe ich doch schon. 10 Sekunden. Okay, also hier in dem Modus ist es entweder. Also, ich war eigentlich nicht fehlerfrei. Deine Autos sehe ich mega wichtig. Muss jetzt mal noch heute gegen tun. Das ist wie die Sache. Ja, der Sendenkapp ist einfach ein absolutes Monster. Das war super geil. Weißt, da hast du ja so einen Scheiß-Schwuchtelwagen ja am Anfang. Ja, du kriegst am Ende noch Positionspunkte. Ja, genau. Boah, Johnny. Nicht dein Ernst. Das war's für heute. Ja. Dominiert würde ich mal sagen. Ah, da hast du gekauft. Alter, ne Mutter ist gekauft, Junge. Ja, wie gesagt, du hast halt schon deutlich mehr Geld gehabt. Dem Modus ist halt wichtig. Vor allem, wo aufs Kill ankommen, was immer scheiße. Ja, ja. Ja, war ja auch so. Ja, ja. Ja, war ja, ich hab einen Videoüberweis. Da hat Hardy mal wieder seine Religion spielen lassen. Ja. Hat aber seinen Freund im Knast angerufen, hat er manipuliert. Das ist einer, er hat übrigens einer bei dem Minecraft-Video hier einen Kommentar gepostet. Und zwar, ich zitiere. Mit solchen Leuten wie ihm würde ich gar nichts zu tun haben wollen. Glücklicherweise habe ich Freunde, die in Ordnung sind. Aber dieser Hardy gehört von morgens bis abends verprügelt. So ein unsoziales Arschloch kommt einem sehr selten unter. Übrigens, Jones, Jeremia, du stinkst nach Magi. So, musste ich jetzt mal sagen. Ja, Jones, Jeremia, was glaubst du, was wir mit Hardy immer machen, wenn wir den Geld? Nee, das ist der Garn. Doch, das ist der Wohl. Doch, das war der Wohl. Ja, der stinkt der aber nach Magi. Ja, wir verprügeln immer, Hardy. Ja. Das sind so Leute, die einfach solche Folgen einfach zu ernst nehmen, weil sie keine Ahnung haben. Ja, Hardy ist aber auch ein richtiger Bastard, ey. Oh ja, ein richtiger Bastard. Scheiße, was fahren wir denn jetzt? Nein! Head to head fahren wir. Was ist das denn? Oh, das ist gut. Ja, deswegen habe ich auch nochmal auf den Ford gewechselt. Oh ja! Das ist der Kurs. Der Trickkurs, wo du, glaube ich, gleichzeitig fährst. Die, nur nicht auf einer Bahn. Na, so war ja mit einem Preser. Oder war das ein Rennen? Nein, weiß ich nicht. Jetzt ist mal dein hässlichen Mini-Nebenkölner, doch du das so. So. Na, das ist immer mega schwer, wenn du einmal verkackt hast. Oh ja. Na, wer fährt denn da rechts? Ganz rechts? Ich war ganz rechts. Wir kommen uns doch eh nicht in die Quere. Naja, ich weiß nur, wer da gerade rechts fährt gegen mich. Los! Fahre schnell und riskant. Das ist das Motto beim Head to Head. Fahre schnell und riskant. Ganz großes Kino. Und einen dicken Jump oder was? Bei diesem Flug hätte er ja nicken... Ich hätte bis jetzt erst beim Jump. Ja, trotzdem bin ich Erster. Das war kackig, aber der, der. Nichts nicht mehr. Ja, wer ist einfach nur Pro? Dr. J. Ja. Ach man. Ah, die hat voll genoobt, oder was? Ja, ich bin zweimal gegen die Bande gefahren. Wir fahren mit dem Ford Fiesta. Okay, ich bin... Ich dachte eigentlich, dass... Was sagst du, Dennis, bist du dich Erster? Na, ich dachte eigentlich, dass es Punkte gibt dafür noch. Ne, fährt ja nochmal. Ich hab zum Beispiel bei dem Donau habe ich zwei Runden gedreht, weil ich dachte, da macht der auch wieder den Multiplikator mal zwei. Ach so. Hab ich wirklich... Ja, ich hab eine Videoaufnahme. Ist ja wirklich so. Nein, ich hab mich gedreht. Nein. Das war... Scheiße. Fuck, den Donau habe ich versaut. Fuck! Alter, dieser schwule Donau, der. Ja, den habe ich versaut. Scheiße, ich hab's auch versaut. Ganz am Anfang habe ich weggedreht. Nein, du warst nicht nur vorhin. Fuck! Na, aber in der Gesamtzeit, die erste Runde, war ich einfach zu schlecht. Ha! Fuck! Ich bin zweiter geworden. Dreckskacke. Cool, das heißt, ich bin Erster. Oh Mann! Oh ja, du bist... Erster geworden. Schwule Scheiße. Na, mach's ja nix. Das hier jetzt. So, jetzt müssen wir irgendwie ein Dick Demolition mal starten, jäh. Ach so, gerade. Ja, ich will's nochmal. Kannst du Sparta nochmal? Du kannst Sparta, du kannst du mit Capture the Flag. Oh, das ist auch gut. Battersea Depot. Nein, nicht wegnehmen. Ne, dann finde ich aber auch nicht. Die Strecke finde ich doch nicht arsch. Golden Guild Park, also. Subaru Impreza for the win. Die fährt in Ford. Äh, bin mir auch nicht sicher. Ich hab schon voll den dicken Wagen. Den hab ich auch. Du musst halt nur ein bisschen Singleplayer-Kampagne spielen, dann kriegst du alle in den Arsch gesteckt. Ist nicht so schwer, die zu kriegen. Ja, soll man erst mal machen. Ja, investierst noch mal ne Stunde, Jay. Oh, du meckerst nicht. Ich... War immer stressig. Recht mal. Hier ist der Wagen mir sowieso relativ egal. Na, da kommt's auf den Skill an. Ne, jetzt wär ich bestimmt letzter. Da, vor ist der Kleckchen. Ne, die krieg ich auch noch nicht. Los! Jetzt wird Jagd auf die Flagge gemacht. Piss dich, Bram! Nein! Wie wir alle gerade vorbeigefahren sind! Leute, jetzt hab ich richtig an den! Doch, du bist auch gerade vorbeigefahren beim ersten Mal. Aber kein. Scheiß, die Wand. Oh, du musst springen. Oh, springen wird gut. Spring ist scheiße. Boah, du Wichser! Ich treffe vorher ab! Boah, du Jörg! Boah, Hardy, du Spassi, ey! Boah, ihr seid so vollhorts, ey! Boah, du bist so ein Wichser, ey! Jetzt kann er auch noch direkt weiter. Boah, du bist so ein Wichser! Du bist aber ein schwuler Spacken, ey! Ja, du bist so ein Mongo! Halt die Fresse, ey! Wollt ihr mich verarschen? Ja, du bist so ein Mongo! Ja, du bist so ein Mongo! Halt die Fresse, ey! Wollt ihr mich verarschen, ey! Ja, du bist so ein Spacken, ey! Ja, du bist so ein Spacken, du Mongo! Alter, ich hatte den voll im Visier! Und du hast das so versaut, du Missgestalt, ey! Fick dich! Loll! Meine Punkte! Ja, deine Punkte! Das ist das Böde! Oh, da ist schon direkt die nächste Flagge! Das ist aber nett! Loll! Ja! Danke! Na, fick doch die Hände, ey! Alter! Scheiße, die hat er! Yeah! Die hat er! Boah, du Missgestalt, ey! Du bist so ein Wichser von mir, du dummes, hässliches Fickter! Ja, Alter! Du mit deiner Dreckskarre! Gesterb, ey! Ja, die Hände vom Säger! Scheiße! Nein! Na, fick dich doch! Wuuu! Nein! Oh, das ist bitter! Oh, nein, nein! Oh, nein, nein! Fuck, nein! 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 Und, nein! Ein riesiges Stück Scheiße, Christiane! Und, er hat sie! Für den Moment jedenfalls! Ach, deine Mutter! Oh, ist der da drüber, der Wichser? Loll! Boah! Ich habe einen Stick genommen! Ich habe mich weggenommen! Ich habe mich weggenommen! Scheiße, ich wollte Christian da weg snacken! Geht doch, hab ich Christian die Gottseidank noch weggesnackt. Vielleicht sitzt du immer noch mit Tastatur. Ja, ich hab noch keinen Controller. Meinen alter Express Controller hab ich beim Fifa-Spiel irgendwann mal vernichtet. Alter, wie die einfach die ganze Zeit da drast... Boah, alter, fick dich doch, du Nutzer. LOL! Boah, Alter. LOL, hab ich's gegen mich gefahren, der Follower. Du hast mich nur berührt, ey, was ist denn das so ne Wichse? Ich hab dich die berührt, hab dich weggekickt. Ach, gekickt hast du überhaupt nix. Ich hab dich weggekickt. Nein! Nein! Ruf die Polizei, die kommt zwar nicht vorbei, aber man kann... Nein! Nein, Felix, die Flagge! Wie soll ich die denn noch? Verdammt! Nein, danke! Hihi! Nein! Wer hat die jetzt? Wer hat die jetzt? Ja, ich hab dich berührt, du sag! Boom! Tschüss, Adi! Jawoll! Jawoll! Jetzt hab ich erst mal freie Fahrt. Woah! Woah! Weißt du, weißt du? Ich treff sie und krieg die Flagge nicht, aber... Nein! Fick dich, meine Flagge! Hat sie abgegriffen? So, meine! Boah! Meine! Hihi! Boah, das kann nicht angehen, ey! Boah, wer hat mich denn da drüber geschickt, der Sack? Die letzten Sekunden zählen alle Punkte doppelt! Ja, sicher! Nein! Alter, Flaggecam ist hier wieder auf! Alter, ihr wollt verarschen! Eine neue! Boah, nice! Alter! Mach ich noch den ersten, oder was? Boah! Ich bin noch zweiter geworden! Pfff! Boah! Lecklich, ein richtig gutes Spiel von Hadi! Ja, Hadi hat richtig genug mit seinen tollen Skionen! Ich weiß nicht, wie ich es heute durchleben soll. Ich muss überlegen. Na klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet noch mal einen in der nächsten Folge, wenn es ja maximale Zerstörung gibt. Ciao. Oh mein Gott, ich habe Puls und Kopfschmerzen.